Freunde, in dem heutigen Video machen wir eine Ja-Sagen-Challenge mit dem komischen Labi, der ausgefährende Riesenbaby, ja, warum auch immer. Und dann auch mit Nuba, weil, ja. Ja. Ach, Mann, ey. Okay, naja, und mit Nuba halt. Und ja, heute machen wir eine Ja-Sagen-Challenge und fragen einfach nicht, warum ich aussehe wie ein Zombie. Ja, jetzt siehst du aus wie Emi. Perfekt. Aber eine komische Emi, der Körper ist ein bisschen komisch. So, jetzt bin ich wieder normal. Okay, also. Nein, Nuba, du nimmst jetzt gar keinen Skin. Wir beginnen jetzt endlich mit der Challenge. Okay. Okay. Also wir... Ich musste kurz neun sein. Ich musste kurz neun sein. ja auch mann ok freunde wir sehen uns gleich wieder ich mache ganz kurz immer mein zweiter monitor aber welche farbe denn ok da muss ich mir das gleich ganz kurz kaufen ja wir sehen uns gleich wieder also freundlich habe ich das pinke lami amy shirt an weil ich das ist mit dem pink aber na gut ok damit ich sagen kannst du direkt eine nächste frage stellen denn ja wir haben ja nicht dabei oh man egal ok dann sagt sie mir für deine nächste frage oder aussage keine ahnung wer weiß ob das passiert was was soll ich gleichzeitig machen ich nehme jetzt einfach den hubschrauber er soll ich dann den hubschrauber küssen wenn er abgestürzt ist oder was und beim und die traur springen na gut egal ist es ein bisschen crashen jetzt ja was nein 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 was geht mit dir denn jetzt ab das mache ich nach der aufnahme weil das dauert mir jetzt zu lange also ok das mache ich aber ich mache es nach der aufnahme aber ja jetzt kann sich noch seine freie zweite frage stellen weil es dauert sonst im video zu lange man ja ok ich werde es machen und ihr kennt ja mein zeit ab schon und mich selber kennt ihr auch schon aber aber ja ok ich könnte mich ok gut das mache ich gleich freunde kann ganz kurz dauern also leute das ist mein setup ja hier bin ich gerade in roblox ja das kennt ihr kennt ja schon das ist meine tastatur meine maus und ja hier ist mein mikrofon ja ansonsten ist hier noch ventilator den kennt ihr ja und dann habe ich hier noch mal zwei boxen mein led ding und mein stuhl und ja ok das war es eigentlich und jetzt geht es erstmal wieder in roblox denn ich habe keinen bock mehr ja es kann jetzt weiter gehen also gut dann muss sagen jetzt sitzt nuba wieder dran mit fragen stellen ohne dass du ihr jetzt noch was sagst ok nuba stell deine nächste frage ok du siehst dich an wie ein noob und hast dich an wie ein noob wie ein noob hä wie ein noob äh hä ein noob also ein noob also ein lockiges körper gelbe gelbe haut und so weiter ok ich zieh mich jetzt wie meinen normalen körper an nur mit gelber haut und eckig auch mann und einfach alle körper ja nur noch sicher und ihr dann tut es jetzt ja ansonsten komme ich oh mann und dann kommt hier und dann kommt hier einfach davon hehehe ja macht es lieber ok aber Alami du darfst jetzt deine nächste frage stellen oder aussage keine ahnung wie man es nennt oh 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 sag mal ich hab da was ich jetzt war du musst mir diese 20 Robux geben ähm ich hab warte mal ich muss mal ganz kurz gucken ganz kurz front ihr habt die Szene nicht gesehen da ich sie bei den Dateien nicht gefunden habe auf jeden Fall war er neu in der Gruppe und deswegen konnte ich ihnen keine Robux geben und ja jetzt geht es erstmal weiter ich bin jetzt wieder da ok gut jetzt kannst du wieder deine frage stellen äh ok egal stell einfach deine frage und warum siehst du eigentlich so aus so traurig äh ja dass ich jetzt noch mal kurz irgendwas aber jetzt bin ich gerade hinterfragen und sich Labi gestellt neiiiin will ich den Haarbauband geben neiiiin nein 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 ey ich brauche Haarbauband für meine Dinge Nein Ja ich spielst du nicht brauche ich spielst du auch Spielstuhres und ich kann das Video einfach haben sicher Ja, das mache ich so oder so von euch beiden. Aber Nuba, du sollst ja nicht mal eine Frage stellen. Ja, ich kann dich nicht hören. Was, die da? Diese Simba? Okay, ich habe sie. Miau. Ja. Okay, ist es egal, wo ich sie verstecke? Suchst du sie nachher oder was? Okay. Dann verstecke ich sie einfach im Klo. So. Du musst, du musst, ähm... Was, du musst, das ist auch so, wenn du auch nicht geholtest. Danke. Und du musst, und du musst mit mir jetzt noch die Brick-Hail-Bank ausbauen. Und Nuba, da wirst du nicht erfüllen. Ja, da kann ich ja nichts für. Da musst du deinen Traum machen. Ja, also Nuba, du bist die Brick-Hail-Bank, oder wie? Genau wie gestern, Nuba. Genau wie gestern. Du warst auch ein Bandit. Ja, genau wie gestern. Oh, wie der. Ach. nein nein ich nehme das geld ich bin der wertvollste mein geld mein geld ich habe das geld macht die ab ins auto springen ja ich bin drin ich hatte das geld in der hand nein ist nicht okay aber jetzt jetzt auf jeden fall nur war die nächste sache stellen aber jetzt stehe bitte deine frage ja okay Nein, ich weiß es! Du musst dich küssen, ich weiß es! Safe! Ach man! Ey Lami, mein Freund! Ich will dir mal was sagen! Das wollte ich schon immer mal mit dir machen! Ich weiß nicht, warum ich es nie gemacht habe, aber ich will dich küssen! Ja, keine Ahnung! Ja, ich war auch halbtot um! Ich würde sagen, wir machen nur noch eine letzte Runde und du stellst bitte jetzt deine Frage! Ja! Oh! Okay! Okay, jetzt kommt mein Lieblings-Fanfen-Freund! Och man ey! Natürlich! Freunde, wenn das nicht kennt, das ist TDD3! Ich habe da auch meine... Ich habe diesen Trend meiner Besten von den Roblox gemacht! Diese Trend mache ich hier! Ja! Och man! Und jetzt kommt noch mein Ich weiß nicht, mein Freund! Ach, ach, ach! Ach, ach! Ach, guck mal ey! Nee, das möchte ich wirklich nicht wissen! Was ist eigentlich denn das drinne? Aura! Ja, ich sehe immer noch aus wie ein fetter Noob! Okay! Okay! Das ist eine nice Aufgabe! Und das müssen die machen! Also habt ihr jetzt eine Ja sagen Challenge! Und zwar müsst ihr den Kanal abonnieren! Und auf jeden Fall das Video liken! Vielleicht kommt auch ein paar... Vielleicht kommt auch ein paar zwei! Wenn wir ganz viele Abos... Äh, wenn wir ganz viele Likes schaffen! Aber... Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, ihr hört einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal! Und aktiviert die Glocke! Wenn ihr nicht mehr von Ja sagen Challenge verpassen wollt! Und wenn ihr nicht mehr diese Mülltonne sehen... Hä? Egal! Wenn ihr nochmal diese Mülltonne sehen wollt, dann macht doch wie vor nochmal... Äh, ja! Die 10 Likes voll! Dann kommt ein paar zwei davon! Und ja! Bis zum nächsten Mal! Und ciao! Leute! Ciao! Ciao! Ciao!